ich denke an die zeit oha luckshot gibt gast aber richtig jetzt man kann es ja nicht über eine ganze runde verteilt ich habe eine blase mit mir an ich kaufe eine awe ohne kevlar leute ja sehr sehr nice manu aber ohne kevlar warte ich kaufe kevlar und du gibst mir die awe warte mal fick dich deckung bitte schon langen lasst mich nicht alleine einfach einer durch jetzt geht nichts mehr lang zwei drei sogar drei bis vier kippe kippe koppi ah der botler hat jetzt so lange gespielt what the fuck alter ah resettet was hast du gesagt der botler ist wieder mit mir nein 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 wenn er das sagt er muss das so sein alles so viele Leute ich komme der fachmann ehrlich er hat jetzt meine frisse ich oh Gott einer mit der Loh Hallo ich zieh dir zurück Hanna ist auch tot what the fuck kauft sich der bot gerade in den negev Ich muss einfach ungefähr 18 mal drauf schauen. Ich habe das Bedürfnis, diesen Bot zu töten. Okay, oder er stirbt doch einfach so. Es ist dein... WTF? Jetzt bist du dran. Der Bot tötet den Bot jetzt. Danke. Du hast ihn gekillt. Ja, ja. Geil. Hauptsache du ist die Waffe. Oh Leute, tut mir leid. Bis heute. Ist er? Vor meiner Fresse, wie kam der da hin? Dann geht's kein Bot mehr am Leben, weil ihr so behindert seinen Bot tötet. ZWEI HUNDERT EURO! Doch, weil jeder geht ja immer. 24-7. Ich bin nicht. Spielt jeder Redner. Ja, komm. Wieso ist er wieder pissen oder so? Ne, der tut grad seinen Hack wieder downloaden, weil der hat das vorhin irgendwie aussehen. Den installiert hat sein OBS abgekacktes. Und der Hack irgendwie voll buggy. Ja, Alter. ZWEI HUNDERT EURO, Schnecki. Was stimmt mit dir nicht? ZWEI HUNDERT... Mmhm. WTF? WTF? Komm mal, wir haben einen Bot. Sie schreibt, ich finde gut, was du machst, ich hab dich lieb. Ich hab dich auch lieb, aber ZWEI HUNDERT EURO! Wir können ja nicht Mano kickern. Also, können, ist so ne Sache. Komm, lass Mano kicken und danach surrendern, hat keinen Sinn. Mit nem Bot. Den man tötet. Oh, noch nem Bot. WTF, Alter. ZWEI HUNDERT EURO! Warte, ich hol die schnell, alle. ZWEI HUNDERT EURO, ich hol alle. Also, ich hab für ja gestimmt. Ah, shit, seid vorbei. WTF, Miss Panda, ZWEI HUNDERT EURO! Vergess nicht, ich hab für ja gestimmt. Cheers! Ich auch. Ist eure Schuld, wenn wir verlieren. Muss ganz kurz ne Runde holen. Bricht! Ach, gut, dass Mano nicht alles weiß. Geil! Geil! Nee, ich komm da nicht klar drauf. Ich komm, ich komm da nicht klar drauf. Hey, gute Smoke. Mano, nimm den Bot, danke bitte. Jetzt haben wir bei uns im Teaser. Ah, Mann, guck mal, der shit. Oh, guck mal, der Chatterbox ist voll hässlich, irgendwie. Ach was, weil die auch fettes Geld ist. Deswegen vielleicht. Oh, das war's. Aber die hat sogar FN. Sagt Crash. Alter, Miss Panda war... ZWEI HUNDERT. Ich komm da echt nicht klar drauf. Miss Panda. 200 Euro, was stimmt nicht mit dir? Weißt du, wie viel Geld das ist? WTF? Are you all then? Fuck. Jetzt waren er ordentliche Banu. Was ist denn mit ihm kaputt? 裁scht gegeben. Mann, hey, shut, hab ich Ihnen doch gesagt. 2.500 Euro. 2.500 Euro. 2.500 Euro. Was ist denn mit der FN? Die durch? Wolln mit Schmerb pierschen mit Pinotemp. Hey, man wird es ja erst mal sagen. ernsthaft also meint er ist jetzt wirklich ernst ich bin ich bin nicht so sicher 200 euro ist gescheuert ist nichts ich komme nicht klar oder ich komme da echt nicht klar auf die sagt 200 euro ist nichts weiß was sie verdient nicht konzentrieren einfach 200 miss partner was stimmt nicht mit dir 200 euro bitte jetzt ganz ehrlich weiß doch wie wir das machen keine ahnung ich nehme 20 oder so davon bitte schreibt mir mal schnell eine private nach in twitter in steam oder wo er nimmt die kohle zurück in madame 200 euro nein ehrlich ganz ehrlich und die andere ist die deutsche halt wirklich nicht 200 euro und die muss natürlich deutschland ich meine ich ja ist wirklich zehn euro vielen lieben dank 20 euro einer es gibt schon die die übertrieben haben heute aber bitte 200 euro bitte ich mein es ernst stehen bleibt mach ich so kurz wirklich lass uns schreiben oder so ist zu viel es ist viel zu viel wirklich es ist scheißegal ob das nötig ist es ist scheißegal was du verdienst und das war nach vielen lieben dank ihr wirklich aber bitte lass uns auf 20 einigen oder sowas und nimm bitte den rest zurück das ist das ist das ist mach zu viel das ist wirklich viel zu viel das kommt der bot holt sich mit der karte das ist wirklich richtig zu viel oh ne du willst du das auch sehen bot schock mir mal lass uns leider wirklich schreiben der hat überfliege nein mann mach doch mann seien wir nicht böse hier vielen lieben dank wirklich der bot soll schön aber ähm bist du stehlos kassiert doch mann ich bin auch nicht schlecht aber nicht 200 Euro er kommt einfach rein Hauptsache Manu wirft die Brombe in Katastrophe Vorsicht Manu einer kommt Katastrophe von rechts vor allem der Fläscher ist ein Wohlig hinter der Wand er steht wieder Katastrophe Gott Komma Manu Malu Ginta Abbie geht es Gut Oh Katastrophe Kattas unten Katastrophe Kattas unten Manu halt die Schnauze Nein Misspanda wirklich vielen lieben dank aber bitte nicht 200 Euro das ist einfach Ey das ist so viel zu viel Schule wirklich Es hat nichts mit Frohsein zu tun oder so, aber 200 scheiß Euro, man. Wurde von Socki gekillt. Das ist... Nein. Ehrlich. Warum schreibt Tobi extra richtig... Alter, nee, oder? Dein Ernst? Du kopierst extra aus der Konsole mit Nachricht und schreibst sie dann im Chat. Ja und? Halt die Flosse. Eigentlich, das ist los, aber das ist echt zu viel Geld. Das ist... Matsch zu viel Geld. Einer B nur. Oh, nicht klar. Weiter. Ach, wir sind am Arsch. Ich geb Ahnung die Schuld. Ja, ist okay.